Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Adventure 2, Folge 28, Willkommen im Giga-Haus. Oh ja, eine Folge, wo ich auch nicht genau weiß, was ich davon halten soll. Ich meine, es ist nett, dass sie jetzt natürlich eher gegen Arokinimon vorgehen wollen und dass wir jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr über diese mysteriöse Frau erfahren. Ja, sie bekommen halt eine Nachricht, dass sie sich im Giga-Haus treffen sollen. Ken ist natürlich mit von der Partie, aber er ist erstmal sowieso, was seine Gedanken betrifft, so gegen die DNA-Digitation, weil er ist eigentlich der Meinung, dass so eine DNA-Digitation sehr viel Kraft braucht, also verbraucht und er ist sich sicher, dass das dann für die beiden Anwender gefährlich sein könnte und das Leben verkürzen könnte. Allerdings finde ich das in dem Punkt ein bisschen seltsam, weil ich meine, die Digimon bestehen aus Daten und so eine richtige Lebensspanne haben die hier ja eigentlich nicht und außerdem könnten sie zur Not, wenn ja auch, wiedergeboren werden. An der Stelle möchte ich übrigens auch mal kurz einwerfen. Als Angemon sich damals geopfert hatte, ist das Digi-Eyei sofort bei TK aufgetaucht und nicht in der Stadt des ewigen Anfangs. Aber als Vormon gestorben ist, ist das Digi-Eyei nicht sofort aufgetaucht, sondern es war in der Stadt des ewigen Anfangs. Man könnte jetzt sagen, vielleicht lag das daran, dass die Digi-Welt sich erneuert hatte, aber es wäre schon mal nett gewesen, wenn zumindest TK vielleicht mal darauf angesprochen hätte und das hinterfragt hätte und dann hätte man das ja mit der Erneuerung der Digi-Welt klären können. Hm. Naja, jedenfalls schlagen sie dann vor, dass Davis und Ken natürlich ins Giga-Haus gehen und Cody möchte auch gerne mit, während natürlich TK und die beiden Mädels draußen warten. Ja, Zitat von Arokinimon. Ja, sie rennen darauf, äh, sie rennen da rein, obwohl sie wissen, dass es eine Falle ist. Wie blöd kann man eigentlich sein? Ich muss sagen, sie hat vollkommen recht. Wenn ich wüsste, dass es sich dabei um eine Falle handeln würde, dann würde ich so nicht vorgehen. Außerdem verstehe ich den Sinn nicht, warum sie sich überhaupt trennen und Reihe draußen bleiben, weil, ja warum? Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre dieses super große Haus irgendwie bewacht oder als würden von draußen Feinde kommen und eigentlich hätten sie meiner Meinung nach zu sechs gleich da reingehen können und sich vielleicht da trennen können. Das wirkt für mich einfach nur so wie, ja, damit man ein bisschen Drama oder so erzwingen kann und das ist einfach nur vom Plot her so gewollt und das finde ich halt blöd. Das ist so wie in diesen Horrorfilmen, hey, wir wissen, dass wir jederzeit umgebracht werden könnten, weil da ein Zombie oder was weiß ich nicht ist, aber lasst uns uns mal trennen. Ja, toll. Nun ja, jedenfalls ist es dann halt so, dass, ähm, auf einmal Flötentöne zu hören sind, so ab und an und dass dann da viele Insekten-Digimon sind und dass diese Insekten-Digimon dann natürlich auch die Kinder angreifen. So. Ähm, ich finde es übrigens interessant, sie stellen daneben fest, dass diese Digimon, besonders die Rogemon, die dann auftauchen, dass sie keine Schwarzturm-Digimon sind und dass sie auch keinen schwarzen Ring haben und dass sie sie deswegen nicht töten dürften. Klingt ja an sich ganz gut, allerdings verstehe ich an der Stelle nicht, ich habe da auch ein Bild mit eingefügt im Video, warum Ex-Wemon einfach auf das Rogemon treten und es wohl offensichtlich getötet hat. Weil, ja, nur weil ich es nicht mit einer Attacke bekämpfe, heißt es nicht, dass ich nicht drauf treten könnte und das Blatt machen könnte. Ist ja schließlich eine Küchenschabe, ne? Naja, ähm, ja, dann sehen wir natürlich wieder voll viele Digitationen. Erstmal Submarimon, weil der natürlich Stingmon und Ken rettet aus dem Wasserwirbel. Ja, und dann ist es so, dass sie der Frau gegenüber treten, die die ganze Zeit, wie gesagt, mit ihrer Flöte halt, ähm, ja, die Insekten-Digimon steuert. An der Stelle finde ich es erstmal interessant, wie weitreichend diese Flöte ist, weil es ist ein Giga-Haus und ich meine jetzt nicht das in dem Haus. Das ist vollkommen okay, da könnte es ja schallen und so. Das ist aber auch ausreichend, um draußen, außerhalb des Hauses, Niemann und so weiter zu kontrollieren, damit die das hören. Nur, damit dann letztlich auch TK, Kari und Joli doch in das Haus fliegen, finde ich in dem Punkt einfach, wie gesagt, zu gewollt. Ich meine, die hätten auch genauso gut wegfliegen können, nicht ins Haus, auch wenn die anderen da drin sind. Und ich meine, dann ist es noch blöder, weil Pegasusmon, Nefertimon, Aquilamon, die fliegen da lang und natürlich trennen die sich dann, äh, ja, indem Nefertimon und Pegasusmon in die eine Richtung und Aquilamon in die andere Richtung fliegt. Und das ist genau das, was ich meine, das ist einfach so gewollt. Warum sind sie nicht sofort alle sechs da reingegangen, sondern nur zu dritt, wenn sie dann sowieso da reinfliegen und sich dann anschließend nochmal trennen? Das ist einfach, wie gesagt, gewollt. Noch dümmer, finde ich, wird es dann für mich wegen Cody. Cody ist ja nun wirklich nicht auf den Kopf gefallen und auch wenn wir relativ wenig von ihm sehen, er ist ja nun auch nicht dumm. Ich würde sogar behaupten, auch wenn er zwei Jahre jünger ist, dass er schon ein bisschen intelligenter und überlegter ist als Davis. Gut, ähm, und da ist halt der Punkt, er stellt fest, dass sie mit der Flöte die Insekten-Digimon steuert. Und was macht er? Er nutzt das Digi-Armor-Ei des Wissens und lässt Amadellomon, natürlich sehen wir die Digitation wieder komplett, um die Sendezeit zu füllen, zu Digimon digitieren zu lassen, der daraufhin mit Stingmon Exwemon angreift. Und dann wundert er sich und sagt, ach nein, bla bla bla, und ich denke mir nur, bitte, was? Ich meine, nee, ehrlich, das kann's doch wirklich nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass Cody das bemerkt und dann noch diesen Fehler mit Digimon macht. Das ist doch richtig, um dieses Drama zu schüren, damit eben Exwemon also keine Chance gegen die beiden hat, die anderen sind ja getrennt, weil dann stürzen sie ja runter, landen in einem Spinnennetz, Cody ist der Einzige, der seine Hände frei hat, der soll dann die anderen anschreiben, die aber sicher, wie gesagt, getrennt haben und keine Chance haben, gegen dieses Nimon irgendwas auszurichten. Bitte, als ob Pegasusmon und Nefertimon nicht in der Lage gewesen wären, dieses Nimon aufzuhalten. Naja, und letztlich ist es dann so, dass die Folge quasi, man könnte sagen, mit einem Fortsetzung folgt endet. Das ist nämlich auch die einzige Folge oder eine der wenigen Digimon-Folgen, wo man wirklich so in Fortsetzung folgt hätte hinschreiben können, weil die nächste Folge ja auch wieder da anschließt und auch wirklich übergeht und beide Folgen zusammengehören. Mein Problem ist nur, während ich die Folge danach noch relativ okay finde, wegen Joli, weil sie im Mittelpunkt steht, weil sie wichtig ist und weil man da wirklich was mit Arokinimon so eben erfährt und so, also auch wir wissen, dass es Arokinimon ist, so finde ich diese Folge einfach blöd. Sie besteht einfach nur aus Digitieren, komischen Kämpfen und irgendwie total plotmäßig und ja, es ist einfach eine dämliche Folge. Also man hätte sie vielleicht definitiv besser machen können. Gut, ähm, tut mir leid, dass es wieder eine Folge ist, über die ich nichts Positives sagen kann, wobei ich die davor wenigstens noch okay fand, aber bei der hier kann ich wirklich nichts Positives sagen. Meine Frage an euch, wie findet ihr das, dass Cody auf einmal so doof ist? Wie findet ihr das, dass sie sich getrennt haben und wie gefällt euch die Folge? Findet ihr sie lustig? Findet ihr sie schlecht? Oder findet ihr sie gut? Das Einzige, was ich an der Stelle noch erwähnen muss, ich finde schon, zumindest im Deutschen wirkt das etwas amüsant, ähm, Davis denkt ja, dass, ähm, Jack und Gulliver ein und dieselbe Person wären und dann fragt er Ken, ob das nicht so war und der Sprecher dieses, nein, so als ob, vergiss es lieber. Ja, ich finde das schon ein bisschen amüsant, gebe ich zu, ähm, aber gut, okay, wie seht ihr das? Könnt ihr ja auch schreiben, ob euch das egal ist oder ob ihr eher meint, dass Davis dadurch noch ein bisschen dümmer ist? Schreibt es mir in die Kommentare.